guppi klaut zu... äh hier ist jetzt gar ein Schild wo die Fische sind granaten reinwerfen vielleicht? granaten reinwerfen bringt es übrigens ziemlich gut mit den Fischen wer war das denn schon wieder? ich war es nie schade, wir müssen bloß mal hier wieder hochkommen könnte bitte jemand oder... ja ich probier aber ich bin selber gleich tot ich bin auf dem Weg, oh das ist ein Knallharter, das ist nicht nur ein Knallharter, das ist das Problem ok, ich bin tot das ist ein Zwecksnallharter, einmal einen Schläger und einmal einen Räuber den Schläger habe ich gerade die ganze Zeit geschlagen das ist so gleich Banane, der Bäder falsche Richtung alter, soll ich mich verarschen? schaff mal, passt passt... ach, lassen wir doch mal die 100 xp ihr seid schon wieder oben auch? ich krieg das nämlich alleine hin hier ist wieder ein grünes smg oh cool, hier war jemand hier oben ist auch noch einer gut zufuck leck mich ja mal aus ja man sollte sich glaube nie direkt in den Nahkampf mit dem Typen stellen du wirst wiederbelebt das ist schön, danke was zum Teufel ist los mit dir, steh auf kann ich mal das Boot versenken? bin gerade dabei genau so kannst du hinten auf das Fass schießen? ja und kann mich jemand retten? ja bin dabei loooool wer klaut mir da den Kill? felix ich er hätte mich auch gerettet ja, das kann ich leider nicht erahnen wenn hier ist ne blaue, äh what? 4x7 Sniper, äh, bist du 4x7 klingt schon geil 4x7 klingt schon scheiße dann nehme ich sie halt ach ne, 4x7 4x7 das ist schon ein bisschen was anderes haha mein Gott das ist ein Säcke, ich beschwere dich noch nun, ich beschwere mich auch fließt nie von mir, äh 3400 hey, frischer Fisch abgeschlossen und die andere habe Stauern abgeschlossen haben wir doch auch abgeschlossen da hinten kommen wir dann irgendwann zu dieser lustigen Kiste für der Bewusstse allein hat er eine Kiste geöffnet wenn das ihr schon wisst, wohin die Reise geht immer da wo wir sind da geh die Reise hin mhm wuh der hier oh, lila Berserger Klaus-Mod Schaumützel Klaus-Mod 6040 Team Nahkampf Schaden Mh jaa, weil wir so oft in den Nahkampf gehen ole nehm halt mit nehm halt mit verkaufen da 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 da. da hat sie getan die Schmiede das kann man hier mir schmeckt das gar nicht vor allem dass Marco wieder voll in der Tür steht voll der Ballett in dem Stanz in der Tür mir am Weg und ich bin neuerdings ein Cheater bei Call of Duty das haben wir noch gar nicht den Zuschauern gesagt das ist offiziell bestätigt da ich hab mich gerade direkt hinter den Gegner gestellt und in aller Ruhe in den Kopf geschossen wir haben nämlich heute ne Runde Call of Duty 4 gespielt also wir zu dritt untereinander jeder gegen jeden und da wollten sie dann irgendwann nicht mehr mit mir spielen nach ungefähr 3 oder 4 Runden Ola Hacker also gegen mich wollten sie nicht mehr spielen mit mir schon hier hast du den Hack von MC drin was ist ein MC Hack äh ich wieder X-X-Ray also die Kiste hier ist echt gut die hier ist immer die What the fuck aber wieder nix für mich äh ich bin auch immer was die da haben wir wieder die unten ist scheiße aber die unten aber Zielgenauigkeit 3,6 naja die sind beide rotes glaube ich also Schaden ohne Ende 57 x 11 wobei so schlimm viel Schaden ist das gar nicht aber nur 3 jetzt weiß ich warum ich mit der anderen überhaupt nie getroffen hab Zielgenauigkeit von 0 11,7 da ist die Ene hier ja noch besser aber nimm die Diener dann trotzdem mit fürs Geld ja logisch kannst doch wissen ich bin doch hier der Schrotthändler ich bin doch hier der Lootdolf der Lootdolf ich nehm alles mit im Verkunft du bist der Lootdolf ha 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 LUTHOLF Leute, ach ihr verkauft erstmal, na gut, verkaufen wir halt erstmal Nee, nee, sorry, ich kann es nicht Naja, Felix ist es ja auch Eben, du kannst ja ruhig erstmal hier verkaufen Verkaufen Vor allem war das ein Triple Rocket Launcher, da Was? Der LUTHOLF war ein Triple Rocket Launcher? Ja, der auch Was, wieso war der LUTHOLF in Triple Rocket Launcher? Nee Ja, bissl leckt sich aber auch Wobei es geht Wartet mal bitte Ja, der andere hat wenigstens, nee, ich nehm den Detonating nämlich wieder rein Viel besser Vor allem viel bessere Trefferquote, ey Wuhuu 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 Wir können ja quick Dinge uns machen und so Quick, quick Felix, hast du fertig? Jo, fertig Jo, fertig Der jetzt drauf gewettet ist wiederkommt Jo, fertig Und Hardcore 6 nie ist in einem Menü Wuhuu Wuhuu Da wird's dich freuen, ne? Ich hätte ja drauf gewettet, aber War doch nie so Gibt auch Ausnahmen Mh Aber ich kann gar nicht verstehen, warum mich da ein Call of Duty 4 als Hacker beschimpft Ich war auch nur 30,7 normaler, so im Durchschnitt Mh Jo Gegen zwei Leute Mh Kann ich gar nicht verstehen Paketenwerfer habe ich bekommen Einen grünen habe ich bekommen Mh, und blauen 375 x 3 Mit Vierfach Schock Schaden Ne Bei 3 also ist ein Triple Schader Ähm Ne Ich hab Ich hab 466 Schaden Und noch ein Paketenwerfer Ein Leviathan habe ich gerade bekommen Mit 404 Schaden Den Ne, dann haben wir alle den gleichen Es erhebt sich Den kann ich mal anstatt meinem komischen Teil da rein nehmen Aber der sieht cool aus Der ist auch ziemlich zielgenau habe ich das Gefühl Kann das sein? Mh So genau wie So genau wie meiner Wie mein Jetschicker Der andere den ich bekommen habe Der hat 92 Hat eine schnellere Feuerrate Und äh What the fuck, aber mit dem muss er nach oben zielen Der schießt im Bogen nach unten Mh Schieß mal mit dem Leviathan testweise eine Rakete Der fällt im Bogen nach unten ab Hier, kannst du jetzt zeigen Wiii, Flomp Mh Der schießt nie geradeaus Oh Naja, es erhebt sich Mit dem musst du halt Guck mal, und der blinkt sogar Hehehe Was, der blinkt? Weil den weiten Bogen schießt Wissen hier wurde Achso, ja Ja, siehst das Schön hochgeschossen Aua Doch, meine kommt da wieder runter Boom Ich hatte alle mit den Raketen rumbauen Da kommt meine wieder runter Feuerwerk Das ist wirklich Feuerwerk Munition kostet eh nix mehr Aber Es ist wirklich Feuerwerk Wie es da oben rumklingt Oh, wenn das alles irgendwo mal rumkommt Kommts doch jetzt so langsam Dresden, Dresden 45 Ja, das ist wirklich eher Dresden 45 Ja, wollen wir mal Stellen wir uns mal alle hier auf Nö Wir stellen uns doch Wir stellen uns mal alle hier auf Nö Nö Und dann schießen wir in die Luft nach oben Nö Komm, wir machen mal die Quest weiter Wir haben doch gerade im Kreis alle um die Luft nach oben geschossen Achten, achten Raketen oben sieht auch bestimmt hammermäßig aus Du mal aufladen Hau doch gerade gemacht Da hat immer 6 Raketen drin ist Hau doch gerade gemacht Haben wir es dann irgendwann? Geht ab wie Schmitz Katze Aua Fuck Ehrlich Ich doof dir jetzt nie, weil du dich verletzt hast Weil er tot ist sogar Ach man, ich wollte gerade nochmal ins Menü rein Es ist zwar zu spät Oh cool Was soll man bloß mit den Chaoten machen, ey? Oh, ich hab ne CD von Ice Age, ne Fan-CD Arktischer Spiele-Spaß Klingt total nach Fan-CD War ja hinten drinnen Woh hinten drinnen Nein, Moment, ich will es nicht wissen Bei Kinder Pinguin Naja Kinder Pinguin Ich sag ihr, dass sie zu mir nach New Haven kommen sollen Woher sie ihre Sachen auch kriegt Ich kann ihr einen besseren Deal machen Ah, mal zwei, ja Wir sind doch Waskommens East, oder? Naja, genau Hat man die 27er zuerst gemacht? Jo Pissgelb 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 Wo seid ihr nach dem Ausgang lang links oder links? Bumm Ich sag noch auf die gleiche Idee, komm Er schießt Abgeschlossene Herausforderung, Dynamit macht Boom Oh, hier ist ne schöne große Waffenkiste hinten Natürlich nur für den Soldaten was Wäre ich so schwer so gesehen tot Wieso würde ich denn jetzt dann nicht rot finden? Ah ja, stimmt, Entschuldigung 101 mal 9 Wäre es nur geschafft hier draußen fast zu sterben Ah, so hast du das geschafft Ja, so Gegen wen oder was kämpft ihr? Knallharten Schläger Kannst gern mitmachen Haben ihn erst halb tot Schön vorne beim Eingang Ehrlich? Juhu, Level Up Zusammen mit Guppy Was? Ich hab hier ne weiße Asset Machine Gun mit 5000 Wert Hat 100 Schaden Ähm, ist da relativ langsam Und hat wenig im Magazin Was? 9 x 101? Ja, die hab ich dir da mal drin belassen 5 3 ist schon Aber halt nicht in der Ziegelung Ja Ich probier's mal aus Und dann geh du studieren Warum hast du das Geld hier nicht genommen? Naja Dafür gibt's ja ein paar Leute, die hier rumrennen Einen weißen wie Peter brauchst du nie weniger, oder? Eher selten, außer er hat einen Sonnensholen Wert 64? Naja Wert Nie Schaden Achso 1000 Na, geht noch Und 1000 hast du verschmerzen Ich muss hier irgendwas aktivieren Aktivieren, 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 aktivieren Ah Okay, die Schaden haben aktiviert, würde ich sagen Warum immer noch grün blinkt, ist ja nicht unklar, aber egal Wir haben ein paar Worte rum Ach, das ist wahrscheinlich da unten Hm Oben auf der Brücke oder war das schon? Auf welcher Brücke? Ja, oben das Anscheinend schon Eben Ne Wir haben auch Scooby Also, wo jetzt genau? Einfach oben Hm Ja, da war ich Warum fliegt der Benzintank einfach nicht in die Luft? Der Pfeifen tut er schon aus allen Rohren Nimm das MG, da fliegen Benzintanks eher in die Luft Ja, wir müssen ganz außen rum Felix? Ehrlich? Kein Kommentar Ich bin grad mein Auto los geworden Kein Kommentar Wir sind immer noch im Level viel zu hoch für das Gebiet und trotzdem schaffst du das? Ja Kein zu Moment, irgendwie hab ich mich jetzt verfahren Du bist schon richtig, du bist schon richtig, du bist schon richtig Fahr weiter, fahr weiter in die Richtung, weil du müssen ganz außen rum Ja, links oder rechts? Ne, rechts Ah, hoch, okay Genau und über die Brücke Ja, okay Was kommt davon, wenn Navigator nichts mehr sagt? Ja, sorry Ich musste kurz husten und dann Äh Ne, weiter, gerade Gerade, gerade Okay, ich dachte, wir müssen hier rein In die schöne Stadt, wo ein Turm auf uns zählt Und, aber vorne dann links, ich weiß nicht, wo es genau da links geht Nächste links, wo es geht Ah, okay, haben wir es erwischt Hier müssen wir rein Mit vollem Mit vollem Also, ohne Auto wird das eine Weile dauern, bis ich bei euch bin Mhm Ein Fahrt und überlauft zur nächsten Station Wo es Auto skippt Kann man auf die Karte geguckt? Nö Guck mal Ich habe ja noch ein Auto, ich bin gerade im Kampf Mhm Wenn ich mich umbringe, bin ich dann bei euch? Ne Bist du da, wo du das letzte gespeichert hast Hinter dir bin ich? Ja, hier ist eine Station Ja, hier ist eine Station Felix, der glücklich hier Felix, der glücklich hier Huh Wo? Schmierknall hat er auch Nö Da ist wieder was blaues gedroppt SMG schon wieder, mit Feuerschaden Ja, so lange kann der Felix ja auch wieder leben Ich stehe gerade hier das Gras im Schrank versteckt Na, da muss ich nur das Ding aktivieren und jetzt schauen Ja Ja, ficken Nö Nö Wo will die Station hier? Hab die schon aktiviert Ui Ui Was haben wir denn jetzt für krasse Strahlen hier? Na klar Wir haben eine lustige Funkstrahlen nach oben, ne? Funkstrahlen? Na ja Soll ein Funkstation sein Oh, da ist ein Knallen Harder, wir sind der hergekommen Ich stehe da vor und treffe den linken Kopf Oh, was war'n das? Hab' ich ihn aufgenommen? Terrible Carnage vermutlich Äh, Shotgun Woll ich mal schätzen Äh, 241er Schaden, aber einfach Dann ist es kein Shotgun Oder? Heilige Scheiße, das Ding schießt Raketen steht da drauf Hä, auf Hä, auf Aber doch nicht auf einer weißen Auf einer weißen doch nicht, oder? Doch Okay, ne Shotgun die Raketen schießt Na ja Eben das seine Probiert das Ding mal aus LOL Hallo LOL, wie ich grad ausgestiegen bin Ich hab'n Medikit gefunden Nehm' das Medikit selber Ich hab'n gesagt, was für euch ist Der Schrotflint, der die Raketen schießt, ehrlich Was? Der Schrotflint, der die Raketen schießt Aua Ähm, wollen wir die anderen gleich auch noch mitmachen? Oder wollen wir hier nochmal durch die Gegend gucken? Äh, ne ne, also die anderen Ähm Machen wir zuerst Janis Town oder alter Ego Mach mal alter Ego Aber jetzt könnt ihr mal aussteigen Nö, muss ich nie Na toll Das ist ganz am anderen Ende, oder? Ich guck mal, wo die andere Map ist Naja, das ist hier gleich direkt daneben Ja, ich meine, machen wir lieber erst das, oder? Naja, das ist ein bisschen schwieriger, aber okay Geh mal von hinten Janis Town Wie er mir durch mich durchfährt Dreck da Ich steig' aus, wenn du mich schlägst, hier Dreckskettling-Geschütze Boah, langsam tut's weh Boah, langsam tut's weh Kann mir doch Schrotflinte auf die Gatlins? Nein Ich ja Du schießt doch Raketen Aber das ist nicht so der Zona Alter Das ist zwar lustig, aber Alter Aber Hier ist mir noch was jemand Danke Was? Es ist einșes Dreckstes Zeug da oben Moment, ich pinte da Moment, ich pinte da Ich pinte da Ich pinte mal nach dem Räuber direkt drin Ignorier mich, Ignorier mich, Ignorier mich, Ignorier mich, Ignorier mich, Danke. Danke. Oh, das gibt's aber nicht. So, wir haben ja nichts. Ich. Ja, eben. Exau. Schneller, schneller, schneller. Geht ja nicht weiter runter, wenn ich dich heile, von daher chill. Ja. Und viel hat dann nicht mehr gefehlt. Der vor, dass das Turm endlich wurde. Na, weil ich es kaputt gemacht habe. Ich habe mich kaputt gemacht. Ich habe mich immer mit dem Doktor Neidung. Den jetzt auch deswegen schießt er auf die großen Türme. Ja, weil die haben einen Schülern. Der Karl-Harder Pfleger. Warum ist bei mir eh nachladen? Das hat mich letztens schon mal gefragt. Dann hätte ich einen Schagen genickt. Aktion, aus Taster-Tor, das ist eine Zuweisung. Ihr habt Spaß, das merke ich gerade so. Oh, 43 Schaden, ey. Killer-Bandit. So Killer bist du jetzt aber nicht. Killer, Alter. Also, hätte ich mich anders genannt. Noch ein Killer-Bandit. Okay, der ist irgendwie mehr Killer. Sichererfahrungspunkte? Wollte ich da achten. Besser als einen, den wir vorher mal gekriegt haben. Oh, oh. Jetzt hat was Großes angerannt. 122 kriege ich. Ich weiß nie, was ihr habt. Ist ja auch nicht so neun. 11 waren das gerade bei mir. Hä, warum kriegst du weniger als ich? Das muss ich mir mal erklären. Würde ich auch gerne wissen. Ungefähr. Wo bist du? Was tust du? Echt von euch? Wir haben den Global Krabbel aktiviert. Raketengeschützturm. Aaaaaah! Wir müssen jetzt mal Felix holen. Der hat nämlich einen Knallharten Schläger. Was weh? Du, wir rennen gerade. Komm her, du. Alter, geht das geil ab. Sie brennen richtig. Und euch. Oder? Nee. Shock Bouncing Betty.